Das Evangelium nach Markus Kapitel 1 Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie in den Propheten geschrieben steht. Sieh, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Es ist die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes war in der Wüste, taufte und predigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und alle aus dem jüdischen Land und die Bewohner von Jerusalem gingen zu ihm hinaus und wurden alle von ihm im Jordan getauft und bekannten ihre Sünden. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aß Heuschrecken und wilden Honig und predigte, es kommt einer nach mir, der ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, mich vor ihm zu bücken und die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Ich habe euch in Wasser getauft, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, daß Jesus von Nazareth in Galiläa kam und von Johannes im Jordan getauft wurde. Und gleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, daß sich die Himmel öffneten und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Gleichzeitig sagte eine Stimme vom Himmel, »Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe.« Und gleich danach trieb ihn der Geist in die Wüste. Er war vierzig Tage in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am galiläischen See entlang ging, sah er Simon und Andreas, dessen Bruder, wie sie ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sagte zu ihnen, »Folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen.« Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, wie sie im Schiff die Netze pflegten. Auch sie rief er gleich, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Tagelöhnern im Boot und folgten ihm. Dann gingen sie nach Kapernaum hinein, und gleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie waren sehr erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Dort in ihrer Synagoge war ein Mann, besessen von einem unreinen Geist, der schrie, »Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes!« Und Jesus bedrohte ihn und sagte, »Verstumme, und fahre aus von ihm!« Und der unreine Geist riß ihn, schrie mit lauter Stimme und verließ ihn. Da entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander fragten, »Was bedeutet das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Vollmacht den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm.« Und die Nachricht von ihm verbreitete sich schnell überall in der ganzen Umgebung Galiläas. Danach gingen sie aus der Synagoge und kamen mit Jakobus und Johannes ins Haus des Simon und Andreas. Und Simons Schwiegermutter lag dann nieder und hatte Fieber, und gleich erzählten sie ihm von ihr. Und er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sofort, und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele Kranke, die an verschiedenen Krankheiten litten, trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Am nächsten Morgen, als es noch ganz dunkel war, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm, »Alle suchen dich!« Und er sagte zu ihnen, »Lasst uns in die nächsten Städte gehen, damit ich dort auch predige, denn dazu bin ich gekommen.« Und er predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, fiel vor ihm auf die Knie und bat ihn, »Wenn du willst, kannst du mich reinigen?« Und Jesus, von Mitleid bewegt, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sagte, »Ich will. Sei gereinigt.« Und als er dies gesagt hatte, wich der Aussatz sofort von ihm, und er war rein. Und er gebot ihm ernstlich und schickte ihn gleich fort und sagte zu ihm, »Sieh zu, dass du niemandem davon erzählst, sondern gehe hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis.« Der aber begann, nachdem er weggegangen war, viel davon zu erzählen und machte die Geschichte bekannt, so dass Jesus nicht mehr unerkannt in eine Stadt gehen konnte, sondern er blieb draußen an einsamen Orten, und sie kamen zu ihm von allen Seiten. Kapitel 2 Nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Bald versammelten sich viele, so dass auch draußen vor der Tür kein Platz mehr war, und er verkündigte ihnen das Wort. Da kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, den sie zu viert trugen, und weil sie ihn wegen der Menschenmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach auf, wo er war, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Matte hinunter, auf der der Gelähmte lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen aber dort einige der Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, »Wie redet dieser so?« »Er lässt dort Gott!« »Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein?« Und Jesus erkannte sofort in seinem Geist, dass sie bei sich selbst so dachten, und sagte zu ihnen, »Was denkt ihr so etwas in eurem Herzen?« »Was ist leichter, zum Gelähmten zu sagen, »Dir sind deine Sünden vergeben?« oder zu sagen, »Steh auf, nimm deine Matte und geh?« »Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden auf Erden zu vergeben,« sagte er zum Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause.« Sofort stand er auf, nahm seine Matte und ging hinaus vor allen, sodass sie alle erstaunt waren und Gott priesen und sagten, »So etwas haben wir noch nie gesehen.« Dann ging er wieder hinaus an den See, und die ganze Menschenmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Als Jesus vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm, »Folge mir!« Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in seinem Haus zu Tisch saß, setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern, denn es waren viele, die ihm folgten. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern, »Warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern?« Als das Jesus hörte, sagte er zu ihnen, »Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße.« Die Jünger des Johannes und der Pharisäer fasteten, und sie kamen und sagten zu ihm, »Warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, aber deine Jünger fasten nicht?« Da sagte Jesus zu ihnen, »Wie können die Freunde des Bräutigams fasten, während der Bräutigam bei ihnen ist?« Solange der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, an denen der Bräutigam von ihnen genommen wird. In jenen Tagen werden sie fasten. Niemand näht einen Lappen von neuem Stoff auf ein altes Kleid, sonst reißt der neue Lappen vom alten ab, und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen, und er wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern man soll neuen Wein in neue Schläuche füllen. Und es geschah, dass er am Sabbat durch die Getreidefelder ging, und seine Jünger fingen an, im Gehen Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sagten zu ihm, »Sieh doch! Warum tun Sie am Sabbat etwas, was nicht erlaubt ist?« Da sagte er zu ihnen, »Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte mit denen, die bei ihm waren? Wie er ins Haus Gottes ging, zur Zeit Abjathas, des hohen Priesters, und die Schaubrote aß, die niemand essen darf, außer den Priestern, und davon auch denen gab, die bei ihm waren?« Und er sagte zu ihnen, »Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn auch Herr über den Sabbat.« Kapitel 3 Dann ging er wieder in die Synagoge. Dort war ein Mann, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie lauerten darauf, ob er ihn auch am Sabbat heilen würde, um ihn anzuklagen. Und er sagte zum Menschen mit der verdorrten Hand, »Stell dich hier in die Mitte.« Darauf sagte er zu ihnen, »Ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, das Leben zu erhalten oder zu töten?« Sie aber schwiegen. Da schaute er ringsum auf sie mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz und sagte zu dem Mann, »Strecke deine Hand aus.« Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde geheilt. Und die Pharisäer gingen hinaus und berieten sich gleich mit den Anhängern der Herodianer über ihn, wie sie ihn umbrächten. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück, und eine große Menschenmenge folgte ihm aus Galiläa und aus Judäa, von Jerusalem und aus Edomäa, von jenseits des Jordan und aus der Umgebung von Tyros und Sidon. Eine große Menge. Weil sie hörten, was er tat, kamen sie zu ihm. Und er sagte zu seinen Jüngern, sie sollten ihm ein Boot bereithalten, wegen der Menschenmenge, damit sie ihn nicht bedrängten. Denn er heilte viele, sodass alle, die geplagt waren, zu ihm hindrängten, um ihn zu berühren. Und wenn ihn die unreinen Geister sahen, fielen sie vor ihm nieder und schrien, »Du bist Gottes Sohn!« Da verbot er ihnen ausdrücklich, ihn bekannt zu machen. Danach ging er auf einen Berg und rief zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte zwölf, bei ihm zu sein, und damit er sie aussende, um zu predigen, und dass sie Vollmacht hätten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon gab er den Namen Petrus, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Namen Boanerges, das heißt Donnersöhne. Er rief Andreas und Philippus, Bartholomeus und Matthäus, Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus, Tadeus, Simon, den Kananäer, und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Und sie kamen in ein Haus. Wieder fand sich eine Menschenmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, Er hat den Bilzebub, und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und er rief sie zusammen und redete zu ihnen in Gleichnissen. Wie kann Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, kann es nicht bestehen. Erhebt sich nun der Satan gegen sich selbst und ist mit sich selbst entzweit, so kann er nicht bestehen, sondern es ist aus mit ihm. Niemand kann ins Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet. Erst dann wird er sein Haus berauben. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Menschen vergeben, auch die Lästerungen, womit sie Gott lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist des ewigen Gerichts schuldig, denn sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Die Menschenmenge saß um ihn herum, und sie sagten zu ihm, »Sie, deine Mutter und deine Brüder draußen fragen nach dir.« Und er antwortete ihnen, »Wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder?« Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreis saßen und sagte, »Seht, das ist meine Mutter, und das sind meine Brüder.« Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Kapitel 4 Danach fing er wieder an, am See zu leeren. Und es versammelte sich eine große Menschenmenge bei ihm, so daß er in ein Boot steigen mußte und sich darin auf dem See niedersetzte, und das ganze Volk stand am Ufer des Sees. Er lehrte sie vieles in Gleichnissen, und in seiner Lehre sagte er zu ihnen, »Hört zu, seht, es ging ein Sämann hinaus, um zu säen, und es geschah, während er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel des Himmels und fraßen es auf. Anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte, und als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Anderes fiel auf gutes Land und brachte Frucht, die zunahm und wuchs. Eins trug dreißigfach, eins sechzigfach, und eins hundertfach. Dann sagte er zu ihnen, »Wer Ohren hat zu hören, der höre.« Und als er allein war, fragten ihn die, die um ihn waren, mit den Zwölfen, nach den Gleichnissen. Und er sagte zu ihnen, »Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen, denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen gesagt, damit sie sehend sehen und doch nicht erkennen, und hörend hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht bekehren und ihnen ihre Sünden vergeben werden.« Dann sagte er zu ihnen, »Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen?« Der Sämann sät das Wort. Die am Wege aber sind die, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, dann kommt sofort der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihr Herz gesät war. Genauso auch die, bei denen auf das Steinige gesät wurde. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sofort mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Wenn sich Trübsal oder Verfolgung um des Wortes Willen erheben, so nehmen sie sofort Anstoß an mir. Diese sind es, bei denen unter die Dornen gesät wurde, die das Wort hören, und die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und diese sind diejenigen, bei denen auf gutes Land gesät wurde, die das Wort hören und es annehmen und Frucht bringen, einer dreißigfach, einer sechzigfach und einer hundertfach. Weiter sagte er zu ihnen, bringt man etwa das Licht, um es unter den Scheffel oder unter das Bett zu stellen? Nicht, damit es auf den Leuchter gestellt wird? Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar wird, und es ist nichts geheim, das nicht ans Licht kommt. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dann sagte er zu ihnen, seht zu, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden, und man wird euch, die ihr dies hört, noch dazugeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Danach sagte er, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Tag und Nacht, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn die Erde bringt von selbst zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in die Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er sofort die Sichel hin. Denn die Ernte ist da. Und er sagte, womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch welches Gleichnis wollen wir es darstellen? Es ist wie ein Senfkorn, das, wenn es aufs Land gesät wird, kleiner als alle Samen auf Erden ist. Und wenn es gesät wurde, dann geht es auf und wird größer als alle Kräuter und treibt große Zweige, so dass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und durch viele solche Gleichnisse sagte er ihnen das Wort, wie sie es verstehen konnten. Ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Nur seinen Jüngern legte er alles aus. An demselben Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns ans andere Ufer hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn im Boot mit, wie er war. Und es waren noch andere kleine Boote bei ihm. Da erhob sich ein großer Sturmwind, und die Wellen schlugen ins Boot, so dass es sich schon füllte. Er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sagten zu ihm, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und schallt den Wind und sagte zum See, Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Dann sagte er zu ihnen, Warum seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sagten zueinander, Wer ist dieser, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Kapitel 5 Danach kamen sie ans andere Ufer des Sees, in die Gegend der Gardarena. Und als er aus dem Schiff stieg, da lief ihm aus den Gräbern ein besessener Mann mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und niemand konnte ihn fesseln, auch nicht mit Ketten, denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben, aber niemand konnte ihn bändigen. Er war immer, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus von fern sah, lief er herbei, fiel vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme, Was hab ich mit dir zu schaffen, denn, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten, ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sagte zu ihm, fahre von dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, Was ist dein Name? Er antwortete, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn eindringlich, dass er sie nicht aus der Gegend treibe. Dort an dem Berg war eine große Herde Schweine auf der Weide, und die Dämonen baten ihn alle und sagten, Lass uns in die Schweine fahren. Das erlaubte ihnen Jesus gleich. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Es waren aber etwa zweitausend, und sie ersoffen im See. Und die, welche sie hüteten, flohen und erzählten das in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und sie kamen zu Jesus und sahen den, der von den Dämonen besessen gewesen war, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Schweinen. Da begannen sie, ihn zu bitten, ihre Gegend zu verlassen. Und als er ins Boot stieg, bat ihn, der besessen gewesen war, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm, Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was dir der Herr Großes getan und wie er sich deiner erbarmt hat. Da ging er hin und begann, im Zehnstädtegebiet zu berichten, was ihm Jesus Großes getan hatte. Und alle wunderten sich. Nachdem Jesus im Boot wieder herübergefahren war, versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn, als er am See war. Und sie, da kam einer der Synagogenvorsteher, mit Namen Jairus. Als er ihn sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn eindringlich, Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege deine Hände auf sie, damit sie gesund wird und lebt. Und er ging mit ihm. Es folgte ihm eine große Menschenmenge und sie bedrängten ihn. Da war auch eine Frau, die hatte seit zwölf Jahren eine Dauerblutung und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und hatte ihren ganzen Lebensunterhalt dafür verbraucht, aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus hörte, kam sie in der Menschenmenge von hinten heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte, Wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund werden. Sofort vertrocknete die Quelle ihrer Blutung und sie spürte es am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Auch Jesus spürte sofort an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich in der Menschenmenge um und sagte, Wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, Du siehst, dass dich das Volk bedrängt und sagst, Wer hat mich berührt? Da sah er sich um nach der, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er sagte aber zu ihr, Meine Tochter, Dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin in Frieden und sei geheilt von deiner Plage. Als er noch redete, kamen einige vom Haus des Synagogenvorstehers und sagten, Deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sobald Jesus die Worte hörte, die gesprochen wurden, sagte er zum Synagogenvorsteher, Fürchte dich nicht, glaube nur. Dann ließ er niemanden ihn begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und er kam ins Haus des Synagogenvorstehers und sah das Getümmel und wie sie weinten und laut klagten. Und er ging hinein und sagte zu ihnen, Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Da lachten sie ihn aus. Er trieb sie alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren mit sich und ging in den Raum, wo das Kind lag. Dann ergriff er das Kind bei der Hand und sagte zu ihm, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Und sie staunten über die Maßen. Er aber gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Kapitel 6 Dann ging er von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Seine Jünger folgten ihm. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Viele, die zuhörten, wunderten sich und sagten, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist und solche Wunder, die durch seine Hände geschehen? Ist dieser nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sagte zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seiner Vaterstadt, bei seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte dort nicht eine einzige Machttat tun, außer, dass er ein paar Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Er wunderte sich über ihren Unglauben. Dann ging er ringsum in die Dörfer und lehrte. Und er rief die Zwölf zu sich und fing an, sie je zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Macht über die unreinen Geister und gebot ihnen, dass sie nichts mitnehmen sollten auf den Weg, als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld in Gürtel. Sie sollten Sandalen anziehen, aber keine zweiten Gewänder mitnehmen. Und er sagte zu ihnen, wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt da, bis ihr von dort weiterzieht. Wenn sie euch aber weder aufnehmen noch hören, dann geht von dort weg und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als jener Stadt. Da gingen sie hinaus und predigten, man solle Buße tun, trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Und es kam vor den König Herodes, denn sein Name war bekannt geworden, und er sagte, Johannes, der Täufer, ist von den Toten auferstanden, darum wirken solche Kräfte in ihm. Andere aber sagten, er ist Elia, andere aber, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als es aber Herodes hörte, sagte er, es ist Johannes, den ich enthauptet habe, er ist von den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes festgenommen und ins Gefängnis gelegt, wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Denn er hatte sie geheiratet. Johannes aber sagte zu Herodes, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Deswegen stellte Herodias ihm nach und wollte ihn töten, konnte es aber nicht. Herodes aber fürchtete Johannes, denn er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er beschützte ihn. Wenn er ihn hörte, gehorchte er ihm in vielen Dingen und er hörte ihn gern. Dann kam ein geeigneter Tag, als Herodes an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab für seine Großen und Obersten und Vornehmsten in Galiläa. Da kam die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die am Tisch saßen. Deswegen sagte der König zum Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will es dir geben. Und er schwor ihr, was du von mir bitten wirst, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie ging hinaus und sagte zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? Die sagte, um den Kopf Johannes des Täufers. Und sie ging eilig zum König hinein und bat ihn, ich will, dass du mir jetzt sofort auf einem Teller den Kopf Johannes des Täufers gibst. Der König wurde sehr betrübt, doch wegen des Eides und wegen derer, die am Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Der König schickte sofort einen Henker hin und befahl, seinen Kopf zu bringen. Der ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis, brachte seinen Kopf auf einem Teller und gab ihn dem Mädchen, und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie, nahmen seinen Leib und legten ihn in ein Grab. Und die Apostel trafen sich bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sagte zu ihnen, Kommt, nur ihr allein, abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig aus. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie fanden nicht genug Zeit, um zu essen. So fuhren sie in einem Boot zu einem einsamen Ort für sich allein, aber die Menschenmenge sah sie wegfahren. Viele erkannten ihn und liefen aus allen Städten zu Fuß dorthin, kamen ihnen zuvor und liefen zu ihm. Und als Jesus ausstieg und eine große Menschenmenge sah, da taten sie ihm leid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, Dieser Ort ist einsam und es ist schon spät am Tag. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Jesus aber antwortete ihnen, Gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sagten zu ihm, Sollen wir denn gehen und für zweihundert Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sagte zu ihnen, Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sagten sie, Fünf und zwei Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle gruppenweise auf das grüne Gras lagern sollten. Da setzten sie sich in Gruppen zu je hundert und je fünfzig. Und er nahm die fünf Brote und zwei Fische, sah auf zum Himmel, segnete sie, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie ihnen vorlegten. Auch die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Danach sammelten sie zwölf Körbe voll Brocken auf, dazu noch Fischreste. Und die, die Brote gegessen hatten, waren etwa fünftausend Männer. Gleich darauf trieb er seine Jünger an, ins Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer nach Bezaida hinüber zu fahren, bis er das Volk entlassen hätte. Nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war das Boot mitten auf dem See und er war allein an Land. Da sah er, daß sie Not litten beim Rudern, denn der Wind blies ihnen entgegen. Und um die vierte Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Als sie ihn auf dem See gehen sahen, meinten sie, es wäre ein Gespenst und schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber sofort redete er mit ihnen und sagte, »Seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und sie staunten über die Maße und wunderten sich, denn sie waren nicht verständiger geworden bei den Broten, weil ihr Herz verhärtet war. Nachdem sie hinübergefahren waren, kamen sie ins Land Genizareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sofort und liefen in die ganze umliegende Gegend und begannen, die Kranken auf Matten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er war. Und wo immer er in die Dörfer, Städte oder Höfe ging, da legten sie die Kranken auf die Marktplätze und baten ihn, nur den Saum seines Gewandes berühren zu dürfen und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Kapitel 7 Da kamen die Pharisäer und einige von den Schriftgelehrten zu ihm, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, d.h. mit ungewaschenen Händen das Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben und halten die Überlieferung der Ältesten. Wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, bevor sie sich gewaschen haben. Und es sind viele andere Dinge, die sie zu befolgen pflegen, Waschungen von Trinkgefäßen und Krügen und kupfernen Gefäßen und Betten. Da fragten ihn nun die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Er antwortete ihnen, wie gut hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber dienen sie mir, indem sie solche Lehren lehren, die nichts als Menschengebote sind. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet die Überlieferungen der Menschen. Waschungen von Krügen und Trinkgefäßen und dergleichen Dinge tut ihr viel. Und er sagte zu ihnen, wie gut habt ihr Gottes Gebot aufgehoben, um eure Traditionen einzuhalten. Denn Mose hat gesagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn ein Mensch zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt, eine Opfergabe ist das, was dir von mir zugutekommen sollte, dann lasst ihr ihn nichts mehr für seinen Vater oder seine Mutter tun und hebt Gottes Wort auf durch eure Traditionen, die ihr überliefert habt. Und dergleichen Dinge tut ihr viel. Da rief er die ganze Menschenmenge zu sich und sagte zu ihnen, hört mir alle zu und begreift es, es gibt nichts, was von außerhalb des Menschen in ihn hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus ihm heraus geht, das ist es, was den Menschen unrein macht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und als er von der Menschenmenge weg ins Haus kam, befragten ihn seine Jünger über dieses Gleichnis. Und er sagte zu ihnen, seid ihr denn auch so unverständlich, begreift ihr noch nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann, denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird alle Nahrung verdauend ausgeschieden in die Grube. Und er fuhr fort, was aus dem Menschen heraus kommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken heraus, Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Danach stand er auf und ging von dort in die Gegend von Tyros und Sidon. Und er ging in ein Haus, wollte es zwar niemanden wissen lassen, aber er konnte sich doch nicht verstecken. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel zu seinen Füßen nieder. Es war eine griechische Frau, aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon von ihrer Tochter auszutreiben. Jesus aber sagte zu ihr, lasst zuerst die Kinder satt werden. Es ist nicht richtig, dass man das Brot der Kinder nimmt und es vor die Hunde wirft. Sie antwortete ihm aber, ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brotkrumen der Kinder. Da sagte er zu ihr, wegen dieses Wortes geh hin, der Dämon ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging in ihr Haus und fand den Dämon ausgefahren und die Tochter auf dem Bett liegend. Als er dann wieder aus der Gegend von Tyros und Sidon wegging, kam er an den See von Galiläa, mitten ins Zehn Städtegebiet. Da brachten sie einen Tauben zu ihm, der mit Mühe redete, und sie baten ihn, dass er die Hände auf ihn lege. Und der nahm ihn von der Menschenmenge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren, spuckte und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel, seufzte und sagte zu ihm, Hifata, das heißt, tu dich auf. Sofort taten sich seine Ohren auf, sein Zungenband löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, es niemandem zu sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr verbreiteten sie es. Und sie wunderten sich über die Maßen und sagten, er hat alles gut gemacht, die Tauben macht er hörend und die Stummen redend. Kapitel 8 In jenen Tagen, als eine große Menschenmenge dort war und nichts zu essen hatte, rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, mir tun diese Menschen leid, denn sie halten nun schon seit drei Tagen bei mir aus und haben nichts zu essen und wenn ich sie nach Hause gehen lasse, ohne daß sie gegessen haben, werden sie auf dem Weg verschmachten, denn einige von ihnen sind von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm, wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sagten sieben und er gebot der Menschenmenge sich auf der Erde zu lagern. Dann nahm er die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit diese sie austeilten. Und sie teilten sie der Menschenmenge aus. Und sie hatten einige kleine Fische und er dankte und ließ auch diese vorlegen. Sie aßen aber und wurden satt und hoben die übrigen Brocken auf, sieben Tausend, gegessen hatten. Und er entließ sie. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Aber er seufzte in seinem Geist und sagte, warum sucht dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie, stieg wieder ins Boot und fuhr ans andere Ufer. Und die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr bei sich im Boot als ein Brot. Und er gebot ihnen, schaut zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da überlegten sie miteinander und sagten, weil wir keine Brote haben. Und Jesus merkte das und sagte zu ihnen, was denkt ihr darüber nach, dass ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr noch nicht? Habt ihr noch immer euer Herz verhärtet? Ihr habt Augen und seht nicht und ihr habt Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran? Als ich zwölf als ich aber die sieben brach für die viertausend wie viele körbevoll brocken hobt ihr da auf? Sie sagten sieben da sagte er zu ihnen wie versteht ihr den noch nicht? Danach kam er nach Bethsaida und sie brachten einen Blinden zu ihm und baten ihn ihn an zu rühren Dann nahm er den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das fragte er ihn ob er etwas sehe und er sah auf und sagte ich sehe menschen umher gehen als wären es bäume dann legte er nochmals die hände auf seine augen und ließ ihn auf sehen und er war wieder hergestellt und konnte alles scharf sehen und er schickte ihn nach hause und sagte geh nicht ins dorf hinein und sag es auch niemandem im Dorf dann ging jesus mit seinen jüngern hinaus in die dörfer von caesarea philippi unterwegs fragte er seine jünger für wen halten die leute mich sie antworteten für johannes den täufer und andere für elia andere aber für einen der propheten und er sagte zu ihnen ihr aber für wen haltet ihr mich da antwortete petrus du bist christus und er gebot ihnen ernstlich dass sie niemandem von ihm erzählen sollten dann begann er sie zu lehren dass der menschensohn viel leiden und von den ältesten und hohe priestern und schriftgelehrten verworfen und getötet werden müsse und nach drei tagen auferstehen werde und er redete das wort ganz offen da nahm petrus ihn beiseite und fing an ihm zu widersprechen er aber wandte sich um und sah seine geh weg hinter mich satan denn du meinst nicht was göttlich sondern was menschlich ist und er rief die menschenmenge mit seinen jüngern zu sich und sagte zu ihnen wer mir nachfolgen will der verleugne sich selbst und nehme sein kreuz auf sich und folge mir denn wer sein leben retten will der wird es verlieren wer aber sein Leben verliert um meinet Willen und um des evangeliums willen der wird es erretten was nützt es dem menschen wenn er die ganze welt gewinnt aber sein leben verliert oder was kann der mensch als lösegeld für sein leben geben denn wer sich meiner und meiner worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen geschlecht dessen wird sich auch der menschensohn schämen wenn er in der herrlichkeit seines vaters mit den kapitel 9 und er sagte zu ihnen wahrlich ich sage euch es stehen einige hier die den tod nicht schmecken werden bis sie das reich gottes mit kraft haben kommen sehen nach sechs tagen nahm jesus petrus jakobus und johannes mit sich und führte sie abseits auf einen hohen berg sie allein und er wurde vor ihnen verklärt seine Kleider wurden glänzend und blendend weiß wie schnee wie sie kein färber auf erden so weiß bleichen kann dann erschien ihnen elia mit mose und sie redeten mit jesus und petrus begann und sagte zu jesus rabbi hier ist es gut sein lass uns drei hütten bauen dir eine mose eine und elia eine denn er wusste nicht was er sagen sollte weil sie so erschrocken waren dann kam eine wolke die überschattete sie und eine stimme kam aus der wolke und sagte das ist mein geliebter sohn ihn hört und plötzlich als sie um sich blickten sahen sie niemand mehr bei sich als jesus allein als sie aber vom berg hinab stiegen gebot er ihnen dass sie niemandem sagen sollten was sie gesehen hatten bis der menschen sohn von den toten auferstanden wäre und sie behielten das wort für sich und befragten sich untereinander was wohl das auferstehen von den toten bedeutet dann fragten sie ihn warum sagen die schriftgelehrten dass elia zuerst kommen muss er antwortete ihnen elia soll ja zuerst kommen und alles wieder zurecht bringen aber wie steht geschrieben vom menschen sohn dass er viel leiden muss und verachtet werden wird aber ich sage euch elia ist gekommen und sie haben ihm angetan was sie wollten wie von ihm geschrieben steht ihn erwischt, reißt er ihn, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben, und sie konnten es nicht.« Er antwortete ihm, »Oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn hier zu mir.« Und sie brachten ihn zu ihm. Sofort, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Da fragte er seinen Vater, »Wie lange hat er das schon?« Er sagte, »Von Kind auf, und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich über uns und hilf uns.« Jesus sagte zu ihm, »Wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt.« Und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen, »Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben!« Als nun Jesus sah, dass die Menschenmenge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sagte zu ihm, »Du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein.« Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus, und er wurde wie tot, sodass auch viele sagten, »Er ist tot!« Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Da stand er auf. Und als er in ein Haus gekommen war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, »Warum konnten wir ihn nicht austreiben?« Und er sagte zu ihnen, »Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Beten und Fasten.« Danach gingen sie von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass es jemand wüsste. Er lehrte seine Jünger und sagte zu ihnen, »Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert, und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet worden ist, dann wird er am dritten Tag auferstehen.« Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Dann kam er nach Kapernaum, und als er im Haus war, fragte er sie, »Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen?« Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die Zwölf und sagte zu ihnen, »Wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte sein von allen und aller Diener.« Und er nahm ein Kind, stellte es in ihrer Mitte, nahm es in den Arm und sagte zu ihnen, »Wer eins von solchen Kindern in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.« Johannes antwortete ihm, »Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, der trieb Dämonen in deinem Namen aus, und wir verboten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt.« Jesus aber sagte, »Ihr solltet ihm nicht verbieten, denn es gibt niemanden, der eine Wundertat tun wird in meinem Namen und kurz darauf böse von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Wer euch aber einen Becher Wasser zu trinken gibt in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und wer einem dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Anstoß wird, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. Wenn dich aber deine Hand zur Sünde verführt, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und in die Hölle fährst, ins unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Wenn dich aber dein Fuß zur Sünde verführt, so haue ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und in die Hölle geworfen wirst, ins unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig ins Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und ins höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden, und jedes Opfer wird mit Salz gesalzen. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz fad wird, womit wird man es würzen? Habt Salz in euch selbst und habt Frieden untereinander. Kapitel 10 Und er machte sich von dort auf und kam ins Gebiet von Judäa, jenseits des Jordan. Und wieder kamen die Menschenmengen zu ihm, und wie er gewohnt war, lehrte er sie wieder. Da traten die Pharisäer herzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und sie versuchten ihn damit. Er antwortete ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sagten, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus antwortete ihnen, wegen eurer Herzenshärte hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von Anfang der Schöpfung an hat sie Gott geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Leib. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus befragten ihn seine Jünger nochmals darüber, und er sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sich eine Frau von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Dann brachten sie Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren die an, die sie brachten. Als es Jesus sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, und verwehrt es ihnen nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie in den Arm, legte die Hände auf sie und segnete sie. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erhalte? Aber Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als einer allein, Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Zeugenaussagen machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er antwortete ihm, Meister, das habe ich alles seit meiner Jugend eingehalten. Und Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber wurde tief betroffen über das Wort und ging betrübt davon, denn er war sehr reich. Und Jesus sah um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes kommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte, aber Jesus antwortete ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken aber noch viel mehr und sagten zueinander, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sagte, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da sagte Petrus zu ihm, sie, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern, Vater oder Mutter, Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Aber viele Erste werden Letzte und die Letzten werden Erste sein. Sie waren aber unterwegs und gingen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging vor ihnen her. Und sie waren erschrocken, folgten ihm und fürchteten sich. Und Jesus nahm die zwölf nochmals beiseite und begann ihnen zu sagen, was ihm widerfahren wird. Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überliefert werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden ausliefern. Die werden ihn verspotten, geißeln, anspucken und töten. Und am dritten Tag wird er auferstehen. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zepedeos, zu ihm und sagten, »Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« Er sagte zu ihnen, »Was soll ich für euch tun?« Sie sagten zu ihm, »Lass einen von uns an deiner rechten und einen an deiner linken Seite sitzen, in deiner Herrlichkeit.« Jesus aber sagte zu ihnen, »Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?« Sie sagten zu ihm, »Ja, wir können es.« Jesus aber sagte zu ihnen, »Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, aber die Plätze an meiner rechten oder linken Seite zu vergeben, steht mir nicht zu, sondern ist für die, denen es bestimmt ist.« Und als das die Zehn hörten, begannen sie, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Aber Jesus rief sie zu sich und sagte zu ihnen, »Ihr wisst, dass die, welche als Fürsten der Nationen gelten, über diese herrschen, und die Großen unter ihnen Gewalt über sie üben. Aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste werden will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.« Dann kamen sie nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menschenmenge, da saß ein Blinder, Bartimäus, der Sohn des Timäus, am Weg und bettelte. Als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, fing er an zu schreien und zu rufen, »Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich!« Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, »Du Sohn Davids, erbarm dich über mich!« Und Jesus stand still und ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinden und sagten zu ihm, »Sei getrost! Steh auf, er ruft dich!« Da warf er sein Obergewand weg, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus sagte zu ihm, »Was soll ich für dich tun?« Der Blinde sagte zu ihm, »Rabbuni, dass ich wieder sehen kann!« Jesus aber sagte zu ihm, »Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt.« Sofort konnte er sehen und folgte ihm auf dem Weg. Kapitel 11 Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bitfage und Bitanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sagte zu ihnen, »Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr dort hinkommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her.« Und wenn jemand zu euch sagt, »Warum tut ihr das?«, dann sagt, »Der Herr braucht es und wird es bald wieder zurückgeben.« Sie gingen hin und fanden das Fohlen an der Tür angebunden, draußen auf dem Weg, und sie banden es los. Und einige, die dort standen, sagten zu ihnen, »Was macht ihr, dass ihr das Fohlen losbindet?« Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und sie ließen sie gehen. Dann führten sie das Fohlen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus. Andere hieben Äste von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Und die vorangingen und die folgten riefen, »Hosianna, gelobt sei dir, der kommt im Namen des Herrn. Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe!« Und Jesus ging nach Jerusalem hinein und in den Tempel. Und nachdem er alles ringsum angeschaut hatte, ging er, weil es schon spät am Abend war, nach Bethanien hinaus mit den Zwölfen. Am folgenden Tag, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn, und er sah einen Feigenbaum von fern, der Blätter hatte. Da ging er hin, um zu sehen, ob er Früchte daran fände, und als er hinkam, fand er nichts als nur Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus sagte zu ihm, »Nun esse von dir niemand mehr Frucht in Ewigkeit.« Und seine Jünger hörten das. Dann kamen sie nach Jerusalem, und Jesus ging in den Tempel und fing an, die im Tempel verkauften und kauften, hinauszutreiben. Und die Tische der Geldwechsler und die Stühle der Taubenverkäufer stieß er um und ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sagte zu ihnen, »Steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht.« Und die Schriftgelehrten und hohe Priester hörten es, und sie trachteten danach, ihn umzubringen. Sie fürchteten sich aber vor ihm, denn die ganze Menschenmenge staunte über seine Lehre. Und als es Abend wurde, verließ er die Stadt. Am Morgen, als sie vorübergingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Und Petrus dachte daran und sagte zu ihm, »Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt.« Jesus antwortete ihnen, »Habt den Glauben Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, heb dich hoch und wirf dich ins Meer und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er sagt, dann wird ihm geschehen, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es bekommt, dann werdet ihr es erhalten. Und wenn ihr steht und betet, dann vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Fehler vergebt. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater, der im Himmel ist, eure Fehler auch nicht vergeben. Und sie kamen wieder nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, kamen die hohe Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagten zu ihm, »Aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, das zu tun?« Jesus aber antwortete ihnen, »Ich will euch auch eine Sache fragen. Antwortet mir, dann will ich euch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir!« Und sie überlegten bei sich, »Sagen wir vom Himmel?« Dann wird er sagen, »Warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen?« Da fürchteten sie sich vor dem Volk, denn alle meinten, dass Johannes es wirklich ein Prophet war. Und sie antworteten Jesus, »Wir wissen es nicht.« Da antwortete Jesus ihnen, »Dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue.« Kapitel 12 Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter, baute einen Turm, vertraute ihn Weingärtnern an und reiste ins Ausland. Als die Zeit kam, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, um von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs zu bekommen. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Wieder sandte er einen anderen Knecht zu ihnen, den bewarfen sie mit Steinen, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn beschimpft fort. Danach sandte er einen anderen, den töteten sie, und viele andere, einige schlugen sie, andere töteten sie. Da hatte er nur noch einen einzigen Sohn, der ihm lieb war. Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sagte, »Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen.« Aber jene Weingärtner sagten zueinander, »Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, dann wird das Erbe uns gehören.« Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr nicht auch dieses Schriftwort gelesen? »Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen.« Und sie trachteten danach, ihn festzunehmen, und fürchteten sich doch vor der Menschenmenge, denn sie verstanden, dass er gegen sie dieses Gleichnis geredet hatte. Sie verließen ihn und gingen davon. Dann sandten sie einige von den Pharisäern und den Herodianern zu ihm, um ihn aufgrund seiner Worte zu überführen. Sie kamen und sagten zu ihm, »Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und dich nicht um die Meinung von irgendjemanden kümmerst, denn du achtest das Ansehen der Menschen nicht, sondern du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Ist es erlaubt, dass man dem Kaiser Steuern gibt oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben?« Er bemerkte ihre Heuchelei und sagte zu ihnen, »Was versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn anschaue.« Und sie brachten ihn. Da sagte er, »Wessen Bild und Namenszug ist das?« Sie sagten zu ihm, »Des Kaisers.« Da antwortete Jesus ihnen, »Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.« Und sie wunderten sich über ihn. Die Sadduzeer kamen zu ihm, die sagen, es gebe keine Auferstehung. Die fragten ihn, »Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemandes Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, hinterlässt aber keine Kinder, dann soll sein Bruder sie zur Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken.« Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau, der starb und hinterließ keine Nachkommen. Und der zweite nahm sie und starb und hinterließ auch keine Nachkommen. Und der dritte ebenso. Dann nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Zuletzt nach allen starb auch die Frau. Nun in der Auferstehung, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein unter ihnen? Denn sieben haben sie zur Frau gehabt. Da antwortete Jesus, »Ist es nicht so, dass ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt?« Wenn sie von den Toten auferstehen, dann heiraten sie nicht und werden nicht verheiratet, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Aber habt ihr nicht im Buch des Mose von den Toten gelesen, dass sie auferstehen, bei der Geschichte mit dem Dornbusch, wie Gott zu ihm sagt, »Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs?« Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Und einer der Schriftgelehrten kam zu ihm, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander diskutierten, und als er erkannte, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, »Welches ist das erste Gebot von allen?« Jesus antwortete ihm, »Das erste von allen geboten ist, höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft.« Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese.« Und der Schriftgelehrte sagte zu ihm, »Richtig, Meister, du hast der Wahrheit entsprechend geantwortet. Denn es ist ein Gott, und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben von ganzem Herzen und aus ganzem Verständnis und von ganzer Seele und mit aller Kraft und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Opfer.« Als Jesus sah, dass er verständlich geantwortet hatte, sagte er zu ihm, »Du bist nicht fern vom Reich Gottes.« Da wagte es niemand mehr, ihn zu fragen. Daraufhin sagte Jesus, als er im Tempel lehrte, »Wie können die Schriftgelehrten sagen, Christus sei Davids Sohn?« David selbst hat durch den Heiligen Geist gesagt, »Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege.« Da nennt ihn ja David selbst Herr. Wieso ist er dann sein Sohn? Und die große Menschenmenge hörte ihn gern. Und er sagte zu ihnen in seiner Lehre, »Nehmt euch in Acht vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten gerne haben, die besten Sitze in den Synagogen und die angesehensten Plätze bei den Gastmälern. Sie fressen die Häuser der Witwen und sprechen zum Vorwand lange Gebete. Sie werden ein umso schwereres Gericht empfangen.« Dann setzte sich Jesus dem Opferkasten gegenüber und schaute, wie das Volk Geld in den Opferkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Eine arme Witwe kam und legte zwei Schärflein ein, das macht einen heller. Da rief er seine Jünger zu sich und sagte zu ihnen, »Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Opferkasten eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Sie aber hat in ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.« Kapitel 13 Und als er aus dem Tempel ging, sagte einer seiner Jünger zu ihm, »Meister, sieh doch, was für Steine und was für Bauten!« Und Jesus antwortete ihm, »Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen wird.« Und als er auf dem Ölberg dem Tempel gegenüber saß, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas für sich allein, »Sag uns, wann wird das geschehen? Und welches wird das Zeichen sein, wann sich das alles erfüllen wird?« Jesus antwortete ihnen und fing an zu sprechen, »Seht zu, dass euch niemand verführt, denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, »Ich bin es« und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, werdet, dann fürchtet euch nicht, denn es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Es wird sich Volk gegen Volk und Königreich gegen Königreich erheben. Erdbeben werden sich an verschiedenen Orten ereignen, und es wird Hungersnöte und Unruhen geben. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber achtet auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten übergeben und in den Synagogen schlagen. Vor Machthaber und Könige müsst ihr geführt werden, um meinetwillen, ihnen zu einem Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor allen Völkern verkündet werden. Wenn sie euch nun wegführen und einsperren werden, dann sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt, und überlegt es auch nicht im Voraus, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht, die Reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber der Bruder den Bruder zum Tod ausliefern, und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sich gegen die Eltern empören und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet gehasst werden von allen um meines Namens willen. Wer aber bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung sehen werdet, von dem der Prophet Daniel gesagt hat, dass er steht, wo er nicht soll, wer es liest, der merke auf, dann soll, wer in Judäa ist, in die Berge fliehen. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen, und wer auf dem Feld ist, der wendet sich nicht zurück, um seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in jenen Tagen. Bittet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn in diesen Tagen wird eine solche Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, bis jetzt, vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, und auch nicht mehr sein wird. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch gerettet. Aber wegen der Auserwählten, die er auserwählt hat, hat der Herr diese Tage verkürzt. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, sieh doch, hier ist Christus, sieh dort, dann glaubt es nicht. Denn falsche Christusse und falsche Propheten werden sich erheben, die Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Ihr aber seht euch vor. Denkt daran, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Aber in jenen Tagen, nach dieser Trübsal, wird sich die Sonne verdunkeln, und der Mond wird nicht scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Menschensohn in den Wolken kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dann wird er seine Engel senden und wird seine Auserwählten aus den vier Windrichtungen sammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Am Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon weich werden und Blätter treiben, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. So wisst ihr auch, wenn ihr seht, dass das geschieht, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Den Tag und die Stunde aber kennt niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht zu, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Wie ein Mensch, der ins Ausland reist, sein Haus verließ und seinen Dienern Vollmacht gab und jedem seine Arbeit und dem Torhüter gebot zu wachen, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend oder um Mitternacht oder um den Hahnen schrei oder am Morgen, damit er euch nicht, wenn er plötzlich kommt, schlafend findet. Was ich euch sage, das sage ich allen. Wacht! Kapitel 14 Und nach zwei Tagen war das Passach und die Tage der ungesäuerten Brote. Die hohe Priester und Schriftgelehrten aber überlegten, wie sie ihn mit List festnehmen und töten könnten. Sie sagten aber, ja nicht am Fest, damit nicht ein Aufruhr im Volk entsteht. Und als er in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch saß, da kam eine Frau, die hatte ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter und kostbarer Narde und zerbrach das Fläschchen und goss es auf seinen Kopf. Da wurden einige innerlich unwillig und sagten, was soll denn diese Vergeudung des Salböls? Man hätte es für mehr als dreihundert Dinare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sagte, lasst sie in Ruhe. Was kränkt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sag euch, wo immer in aller Welt dieses Evangelium gepredigt wird, da wird man zu ihrem Gedächtnis auch davon erzählen, was sie getan hat. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den Hohepriestern, um ihn an sie zu verraten. Und als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er überlegte, wie er ihn bei Gelegenheit verraten könnte. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Paschach opferte, sagten seine Jünger zu ihm, wohin wollen wir gehen, um das Paschach für dich zu bereiten? Da sandte er zwei seiner Jünger und sagte zu ihnen, geht in die Stadt, es wird euch ein Mann begegnen, der einen Krug mit Wasser trägt. Folgt ihm. Und wo er hingeht, da sagt zum Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschach essen kann? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und bereit ist. Dort richtet es für uns her. Und die Jünger gingen los und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Paschach vor. Am Abend kam er mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sagte Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und sie fingen an, traurig zu werden und sagten zu ihm einer nach dem anderen, bin ich es? Und ein anderer, bin ich es? Er antwortete ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete es, brach es, und gab es ihnen und sagte, Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu dem Tag, an dem ich es neu trinken werde, im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Dann sagte Jesus zu ihnen, Ihr werdet in dieser Nacht alle Anstoß an mir nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden sich zerstreuen. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, gehe ich vor euch her nach Galiläa. Petrus aber sagte zu ihm, Und wenn sich alle ärgern, so werde ich mich doch nicht ärgern. Und Jesus sagte zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber beteuerte um so mehr, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das gleiche sagten sie alle. Und sie kamen an einen Ort mit Namen Gethsemane. Und er sagte zu seinen Jüngern, Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Dann nahm er Petrus, Jakobus und Johannes zu sich, und fing an zu zittern und zu verzagen. Und er sagte zu ihnen, Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüber ginge, und sagte, Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern, was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sagte zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sagte dieselben Worte. Und er kam zurück und fand sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sagte zu ihnen, Schlaf dir nur und ruht, es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Seht, der Menschensohn wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf. Lasst uns gehen. Seht, der mich verrät, ist nahe. Und gleich, als er noch redete, kam Judas herbei, einer der zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, Wen ich küssen werde, der ist es, den nimmt fest und führt ihn sicher weg. Und als er kam, ging er sofort auf ihn zu und sagte zu ihm, Rabbi, Rabbi, und küßte ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortete ihnen, Ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, um mich zu fangen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht festgenommen, damit die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann, der nur mit einem Leinentuch um den bloßen Leib bekleidet war, folgte ihm, und die jungen Männer nahmen ihn auch fest. Er aber ließ das Leinentuch los und floh nackt von ihnen. Dann führten sie Jesus zum Hohepriester, und alle Hohepriester und Ältesten und Schriftgelehrten kamen dort zusammen. Petrus aber folgte ihm von fern bis in den Hof des Hohepriesters hinein. Und er saß bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohepriester und der ganze Rat suchten Zeugenaussagen gegen Jesus, um ihn zum Tod zu verurteilen, und fanden nichts. Viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab, aber ihre Aussagen stimmten nicht überein. Und einige standen auf und machten falsche Aussagen gegen ihn und sagten, »Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen, und in drei Tagen werde ich einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist.« Aber ihre Aussagen stimmten auch darin nicht überein. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus, »Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen?« Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester wieder, »Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten?« Jesus aber sagte, »Ich bin es, und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Kraft sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen.« Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte, »Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was stinkt dir?« Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspucken und sein Gesicht zu verhüllen, ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, »Weissage uns!« Und die Knechte schlugen ihn auf die Wange. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohepriesters, als sie Petrus sich wärmen sah, schaute sie ihn an und sagte, »Und du warst auch mit Jesus, dem Nazarener?« Er leugnete aber und sagte, »Ich kenne ihn nicht, verstehe auch nicht, was du sagst.« Er ging hinaus in den Vorhof, und da krähte der Hahn. Die Magd sah ihn noch einmal und begann zu denen, die dabei standen, zu sagen, »Dieser ist einer von ihnen!« Und er leugnete wieder. Und nach einer kleinen Weile sagten die, welche dabei standen, wieder zu Petrus, »Wahrlich, du bist einer von ihnen, denn du bist ein Galiläer und hast die gleiche Sprache!« Er aber fing an zu fluchen und zu schwören, »Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet!« Und der Hahn krähte zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, »Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen!« Und als er daran dachte, fing er an zu weinen. Kapitel 15 Gleich am frühen Morgen hielten die Hohepriester Rat mit den Ältesten, Schriftgelehrten und dem ganzen Rat. Dann fesselten sie Jesus und führten ihn hin und übergaben ihn Pilatus. Und Pilatus fragte ihn, »Bist du der König der Juden?« Er antwortete, »Du sagst es!« Und die hohe Priester beschuldigten ihn vieler Dinge. Er aber antwortete nichts. Pilatus fragte ihn wieder, »Antwortest du nichts? Sieh, wie viele Dinge sie gegen dich vorbringen!« Jesus aber antwortete nichts mehr, sodass sich Pilatus wunderte. Er pflegte ihnen aber zum Fest einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wünschten. Es war aber einer genannt Barabbas, gefangen mit den Aufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menschenmenge schrie und fing an zu bitten, mit ihnen zu tun, wie bisher immer. Pilatus aber antwortete ihnen, »Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?« Denn er wusste, dass ihn die hohe Priester aus Neid überliefert hatten. Aber die hohe Priester hetzten die Menschenmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgebe. Pilatus aber antwortete wieder und fragte sie, »Was soll ich denn nach eurem Wunsch mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt?« Sie schrien wieder, »Kreuzige ihn!« Pilatus aber sagte zu ihnen, »Was hat er Böses getan?« Aber sie schrien noch viel mehr, »Kreuzige ihn!« Pilatus aber wollte die Menschenmenge zufriedenstellen und gab ihnen Barabbas frei. Und er überlieferte Jesus, nachdem er ihn hatte geißeln lassen, damit er gekreuzigt würde. Die Kriegsknechte aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Richthaus, riefen die ganze Schar zusammen und zogen ihm ein Purpurgewand an, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Dann fingen sie an, ihn zu grüßen. »Gegrüßet seist du, König der Juden!« Sie schlugen ihn mit einem Rohr auf den Kopf und spuckten ihn an, fielen auf die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus, zogen ihm seine eigenen Kleider an und führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater von Alexander und Rufus, in das Kreuz zu tragen. Danach brachten sie ihn an den Ort Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte, und sie gaben ihm Mürre, in Wein zu trinken, aber er nahm es nicht. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, was jeder bekommen sollte. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und eine Inschrift mit seiner Anschuldigung war oben über ihm geschrieben, der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen an seiner rechten und einen an seiner linken Seite. Da wurde die Schrift erfüllt, die sagt, er ist unter die Verbrecher gerechnet worden. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, na, der du den Tempel abbrichst und ihn in drei Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verspotteten ihn die hohe Priester mit den Schriftgelehrten und sagten untereinander, er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der Christus, der König Israels, dann steige er jetzt vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. In der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, »Elloi, Eloi, lama sabachthani«, übersetzt, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Und einige, die dabei standen, sagten, als sie das hörten, »Sieh, er ruft den Elia!« Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sagte, »Halt, lasst sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt!« Aber Jesus stieß einen lauten Schrei aus und verschiet. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Stücke. Der Hauptmann aber, der ihm gegenüber in der Nähe stand und sah, dass er so geschrien hatte und verschiet, sagte, »Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen.« Und es waren auch Frauen da, die von fern zuschauten. Unter ihnen waren Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus dem Kleinen, und von Joses und Salomi, die ihm auch gefolgt waren und ihm gedient hatten, als er in Galiläa war, und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgegangen waren. Und als es Abend wurde, denn es war Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es, ging zu Pilatus hinein und bat um den Leichnam Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon tot war, rief den Hauptmann und fragte ihn, ob er schon lange gestorben wäre, und als er es vom Hauptmann bestätigt bekam, gab er Josef den Leichnam. Der kaufte ein Leinentuch und nahm ihn herab, wickelte ihn ins Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in einen Fels gehauen war. Dann wälzte er einen Stein vor den Eingang des Grabes. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, schauten zu, wo er hingelegt wurde. Kapitel 16 Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes fälzen? Und als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein weggewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Da gingen sie ins Grab hinein und sahen einen jungen Mann auf der rechten Seite sitzen. Er hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie erschraken. Er aber sagte zu ihnen, erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Seht, da die Stelle, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen schnell hinaus und flohen vom Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie ging hin und berichtete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie ihr nicht. Danach erschien er zweien von ihnen unterwegs in anderer Gestalt, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und berichteten es den anderen, aber ihnen glaubten sie auch nicht. Danach erschien er, als die Elf zu Tisch saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht geglaubt hatten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Und er sagte zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, und sie werden gesund werden. Der Herr wurde dann, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich an Gottes rechte Seite. Sie aber gingen hinaus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die mitfolgenden Zeichen bestätigte. Amen.